Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abgreifen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Greift ab. Griff ab. Hat abgegriffen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich greife ab. Du greifst ab. Er greift ab. Wir greifen ab. Ihr greift ab. Sie greifen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich griff ab. Du griffst ab. Er griff ab. Wir griffen ab. Ihr griff ab. Sie griffen ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgegriffen. Du hast abgegriffen. Er hat abgegriffen. Wir haben abgegriffen. Ihr habt abgegriffen. Sie haben abgegriffen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich greife ab. Du greifst ab. Er greife ab. Wir greifen ab. Ihr greifet ab. Sie greifen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich griffe ab. Du griffest ab. Er griffe ab. Wir griffen ab. Ihr griffet ab. Sie griffen ab. Den Schluss macht der Imperativ. Greife ab du. Greifen ab wir. Greift ab ihr. Greifen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abgreifen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.